Musik Friedrich Otto Rippe, Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, besuchte am Donnerstag in Begleitung des CDU-Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Blei und weiterer CDU-Politiker die Firma Heidemark Geflügelspezialitäten in Aalhorn. Firmenchef Bernd Kalvelage stellte das am Standort Aalhorn in den vergangenen Jahren stark gewachsene Unternehmen vor. Heidemark legt großen Wert auf Transparenz bei der Produktion. So gibt es in Aalhorn einen Besuchergang, von dem aus durch große Fenster die Putenschlachtung, Zerlegung und Weiterverarbeitung beobachtet werden kann. Firmenchef Kalvelage betonte die hohen Standards, nach denen Heidemark produziert. Wir hatten noch nie so sichere und preiswerte Lebensmittel wie heute, stellte Staatssekretär Rippe fest.